hallo liebe music store tv zuschauer herzlich willkommen bei einer weiteren präsentation eines lightmax produktes und zwar aus der nanos job familie und zwar den nano cobs job nummer vier warum vier weil wir natürlich vier cobs haben die sich ganz leicht einstellen lassen läuft schon automatisch eingeschlossen an den strom und dann können wir hier über einen regler die geschwindigkeit einstellen das ist ganz einfach auf jeder party ein muss und wir können sogar über den zweiten regler das mikrofon anschalten und dann dort wieder die eingangs empfindlichkeit steuern und dann reagiert alles selbst auf sound ganz einfach der cobs job nummer vier sogar mit einer halterung ein muss für jede party alles weitere bei uns auf der internetseite music store punkt d lightmax nano cobs job 4 4 x 20 watt rgb in einem robusten metallgehäuse weniger als ein kilogramm die mikrofon empfindlichkeit und die blitzrate können über drehregler eingestellt werden